hallöchen ich begrüße euch mal wieder aus dem wald mein kleiner garten wie ist der ja ich bin heute mal wieder unterwegs ein bisschen nach pilzen zu gucken bis jetzt ist nicht viel los also ich sehe hier nicht viel da unten steht was das zeige ich euch jetzt gleich mal was das für pilze sind auf klar stehen sie drei stück das sind aber keine pfifferlinge auch wenn sie man ein paar pfifferlinge für das gefunden diese hier das sind pfifferlinge seht ihr ja da sind schon ein paar drin und von denen wo hier stehen das sind diese hier seht ihr da so weiße zu sagen spitzen oder so spinnige weg das sind also ich nenne die semmelpilze wie die genau heißen könnt ihr mir in die kommentare machen wir schreiben also ich finde die auch sehr lecker manche sagen die schmecken nach mehl ist nicht so also ich finde so lecker da seht ihr es noch mal da ganz ganz schwach aber es sind auch äußerst leckere pilze die nehme ich jetzt mit und die kommen heute abend mit pfifferlinge in die pfanne ja alles klar wenn es euch gefallen hat lasst ein like da und gegebenenfalls ein abo danke